Wir gehen jetzt eintrinken. Nein, dann gehen wir eben kein trinken. Wir überlegten Pizza. Das erinnert mich jetzt... Ach, egal. Nein, blödes Nebenwissen braucht man nicht. Ha. Naja, heruntergekommen. Aber wir sind ja passend angezogen, würde ich sagen. Was ist denn da hinten? Probendealer? Hopp! Ein bisschen schneller. Die Kamerafahrten sind ja etwas lahm. Okay. Geile Scheiße, ja. Okay, wer ist denn das hier hinten? Der sieht ja mehr als nur merkwürdig aus. Hallo, Frau. Komm, bitte. Hallo, Frau. Schön und warm. Ich kann meine Hände und Züge wieder fühlen. Ich bin richtig. So, wer bist denn du? Focus. Ich hab doch den Focus in irgendeinem Part schon mal gemacht. Was? Wie hab ich das gemacht damals? Keine Ahnung. Warten und vorgehen. Komm, komm! Bist du in Venice. Cheap, top quality, made in China. Cheap, top quality, made in China. Das eine passt zum anderen so wenig wie Bayern München zum 1. FCN. So, wie beschreibt man den jetzt? Er sieht, er könnte ziemlich alles verkaufen. Und... okay, er tut. Ja, das tut er wirklich. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Ich bin nicht ständig, ob ich jetzt nichts verkaufen werde. Das ist scharf. Im Geschäft! Kein Leutern. Ich bin nicht leutern. Du hast mich hier mal verurteilt. Ah. Details, Details. So, du brauchst nichts Hilfe? Ähm... Ah, saugeil. Also genau das, was ich dachte, was er eigentlich wirklich verkauft, tut er nicht verkaufen. Warum? Weil die Konkurrenz zu stark ist. Na sowas aber auch. Ich schaue ein Ort, das die Fringe nennt. Ah, die Fringe! Also du wirst wissen, wo es ist. Und wo? Ja, ja. Bleib auf! Sehr nah! Geh auf den anderen Seite des Crossroads. Find' mir, Malano. Geh auf Tano in Florence Square. Und da bist du! Auf der anderen Seite. Danke. Du bist herzlich willkommen. Und gute Glück! Oh, da wäre auch ein Chapter gewesen. Na egal. Game safe. Hallo! Hallo! Was bedeutet das mit Drugs und der Wettbewerbs? Drugs sind sehr gefährlich in Venice. Venice ist sehr gefährlich. Nicht ein guter Ort für eine junge Frau. Es ist besonders eine sehr junge Frau. Ich planen nicht auf zu bleiben. Okay. Na gut, du hast es und mach's, was du tun musst. Dann komm raus. Richtig. Next time you buy something. Haha, das hättest du wohl gern. Du hast keine Drogen, also brauche ich nix von dir. So. Nein! Nein! Schnauze! Schnauze! Come buy! Bisto in Venice! Klapezzo! Klapezzo! Mit in China! Ja, ja, ja. Oh, du Arme! Hm? Du solltest nicht auf die persönlichen Gespräche hören, Frau Frau. Du gehst zurück zu welchen Mall, die du auslösen hast. Und lass uns sein. Hey. Sie ist so jung. Um auf der Straße zu leben zu ihr, ich kann mich nicht erinnern. Aber du wärst besser raus, bevor jemand dich sieht, Frau Frau. Du siehst, als ob du Geld hast. Ach ja? Na ja. Lass dich darüber streiten. Bevor der Collapse hatte ich mein eigenes Geschäft. Jetzt habe ich nichts. Nicht sogar ein Ort, um zu schlafen. Ach. Collapse. Also mir drängt sich langsam der Verdacht auf, dass diese große Collapse, Great Collapse, das große Unglück einfach nur ein Börsencrash war. Ja. Naja. Werden wir schon noch rausfahren. Eigentlich soll's ja irgendwas anderes sein, von wegen, ja, irgendwie war alles plötzlich anders und nix mehr da und so. Oder... Keiner weiß, was vorher war oder so. Aber... Stand zumindest so nochmal. Warum weiß der dann, was er vorher hatte? Egal. Aber was bist du? Ähm, für mich bist du ein kleiner, heruntergekommener, unhöflicher Penner. So. Was verstehe da? Lager? Soll das Lagerbier sein, oder was? Ich glaub's ja nicht, ey. Crossroads. So. Finden wir irgendwas im Müll? Nö. Was? Das ist schon The Fringe? Okay, das war zu einfach. Äh, das war zu einfach. Nee, 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 nee... hab mich hier noch nicht umgesehen... Ja... Wenn wir langsam laufen, dann... Erregnen wir kein Aufsehen. Wenn wir schnell laufen, dann... Oh nein! Ähm... So ist es denn? Nee, das stimmt nicht. Es ist nämlich genau hier denn irgendwas mit 0 Uhr oder so... Das ist nämlich genau hier가지고 etwas mit 0 Uhr oder so... Der Tag heute war eigentlich so unproduktiv... Wenn's sagen Youtube. Ich hatte heute noch viel vor, aber pff... Nee, nix wars. Well Stopped도. Beides. Hey, you! Halt die Schnauze! You! Komm bei! Nein! Klapezzo. Wohin geht's hier? Ähm. Ähm. Shishira Blabla Industry. Nee, hier gefällt's mir nicht so wirklich. Ich geh zurück. I'm not sure I want to find out what's up there. Ja, ich aber. Na, dann eben nicht. Okay, there is the fringe. Hm. Ist Reza einer von den Guten oder von den Schlechten? Natürlich ist er einer von den Guten, aber wo der sich trifft und so, ne? Ich weiß ja nicht. Naja, um schmutzige Sachen hier rauszufinden, muss man schmutzige Orte besichtigen. Also von daher. Und wohin geht's hier? Äh, nirgends hin. Hm, kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Nee, kann ich nicht. Gut. Okay, dann gehen wir da lang. Es klappt langsam ganz gut. Also, rein geht's. Ja? Ja? Hallo, ist Charlie da, bitte? Wer ist das? Mein Name ist Zoe. Ich bin ein Freund von Reza. Ich schaue ihn an. Ich denke, er könnte hier sein. Ich weiß nicht, jemanden namen Reza. Sorry, goodbye. Warte. Er ist ein Reporter. Er geht mit dem Namen Jericho. Okay, komm mal rein. Da geht doch. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Oh. Aus dem Pfui in den Hui, oder wie? Hey. Ja, kann ich dir helfen? Ich schaue Charlie. Er ist da, vor der Bar. Danke. Ja, hier sieht's cool aus. Whatever. Whatever. Alter, du nimmst deinen Job nicht ernst, ha? Das ist die Hostess. Nicht die most welcomee Person, die ich ever mette. Yup, sehe ich genauso. So, Charlie, Charlie, Charlie. Kann ich mich hinsetzen, oder muss ich mit ihr so sprechen? Ich möchte mich gerne hinsetzen. Warte mal. Ah, nee. Entschuldigung. Ah! Are you Charlie? Egal. Yeah. Zoe, right? You said you were a friend of Jericho's? That's right. Has he been here? How do you know Jericho? We go way back. If you're such good friends, why do you need to track them down? Can't you just call them? It's a long story. Jericho's investigating a story, and he's gone subterranean. His mobile's off. He may be in danger. I need to find him. Look, Charlie, he left me a message with your name in it. It's the only clue I have to go on. All right. I believe you. I spoke with Jericho a couple of days ago. He called me, asked me some questions. I answered them. That's all. I really didn't want to get mixed up in anything. I have a business to run, and my customers don't like publicity. Sorry, girl. I wish I could help, but that's everything I know. We'll ask him. Listen, I know Jericho. He'd ask you to keep things quiet, and he wouldn't want to make life difficult for you. But something has happened, something big, and I really do need to find him. If there's anything you can tell me, anything at all, I don't know where else to go. Please. Okay, yeah. We came by last night. We talked a few days ago, but Jericho, he wanted to meet up. He said that some conversations shouldn't cross the wire. He wanted to ask me some questions about a place I used to live in ten years ago. The Border House. The Border House? It was a boarding house for students, run by an English lady, Fiona. That's where Jericho got my name from. The place has been turned into a hotel now. The Victory Hotel. Shady place. Jericho wanted to know everything about the building. Entrances, exits, floor plans, the works. He didn't tell me, and I didn't ask, but my guess is he was planning to break into the place. Why? There are stories. They say the place isn't really a hotel, but some kind of front fork. I don't know, and I don't want to know. Like I said, they're our stories. What kind of stories? Look, I get all sorts in here. I hear things. But if I start shooting my mouth off, I get burned. I lose my customers. I lose my business. Hell, with some of the people that come in here to party, I could lose a lot more than that. So don't get me wrong. I would love to help you. But like I told you a friend, I can't say much more than that. I understand. So, Jericho was interested in the layout of that place. What did you call it? The Border House. Victory Hotel. Yeah. I told him there are canals running underneath the building, and that there's a backyard. Since they drain the water, you can use the canals to get around. There might be a way into the building from the back. And Jericho, he went there last night? I honestly couldn't tell you, girl. We spoke, he left, haven't heard from him since. Okay, well, I guess that's a start. Victory Hotel.